Vor allem, du fühlst dich so machtlos, ja? Die Viecher sind irgendwann überall. Die saßen sogar im Tee. Und ich dachte, ich hätte sie besiegt, ja? Ich hab so einen richtigen Kampf mit den scheiß Viechern angefangen. Ob du es glaubst oder nicht, auch meine biologische Uhr tickt. Ich werde ein Kind. Das ist doch toll, oder? Tom. Was? Tom muss es machen. Was spielst du? Oh, ihr Kinder sind süß, intelligent, gesund. Das wird er doch auch mit mir hinkriegen. Das ist doch toll, oder? 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 Untertitelung des ZDF, 2020